Beachten Sie, dass die nachfolgende Elektro-Installation nur von einer Elektro-Fachkraft ausgeführt werden darf. Für die Arbeiten im Schaltkasten muss die Bühne vom Netzstrom getrennt sein. Entfernen Sie das alte Schaltrelais aus dem Relaissockel und setzen Sie das neue Schaltrelais ein. Abschließend wird der Schaltkasten wieder verschlossen. Untertitelung des ZDF, 2020